Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Spielvorstellung Das Spiel ist jetzt seit 1-2 Tagen draußen und wer Spiele mag, wo einfach mal so zwischendurch gespielt werden könnten, einfach mal so ein paar Tommels abzuschießen, ist hier genau richtig. Wir fangen am besten einfach mal an, nehmen irgend so einen Vollpfosten. Keine Ahnung, dann haben wir den mit dem Totenkopf da. Wie auch immer, es gibt nur 2 Sachen, Highway Easy oder Village Hard. Wir fangen am besten mal mit dem einfachen an, das geht relativ schnell. Und äh... Ich erzähl's glaub... Ja ja, ist in Ordnung. Äh... Und zwar folgen das, hier seht ihr die Zombies. So, wie kann man hier reden? Hä? Ja, was soll's, äh... Ihr seht's, äh... Killer Old Zombies you see. Das sind genau 30 Stück. Und die müssen wir jetzt einfach mal runter abballern. Die schreien immer so schön. Hehehehehehe. Den hört's ja richtig ungebixt. Wo rennt denn da hin, der Idiot? Fuck. Wenn eure Energieleistung da unten rechts weg ist, seid ihr im Arsch. Ohohohohoho, der war knapp. Jetzt gucken sie aber, hey. So, die Mini findet da noch mal einer. So, 16 Stück brauchen wir noch. So. Ich blamiere mich hier nur. Hehehehehehe. So. Den haben wir auch. So, jetzt sind's noch acht. Sieben. So, fünf noch. Ich krieg immer so nicht. Also, lauf mal alles rum. Oh, du Schlampe. So. Einer muss es nur sein. Boah. So, ha ha ha. So, ha ha ha. Ha ha ha. 193 Sekunden habe ich gebraucht. Ist in Ordnung. Ha 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 ha. Ha ha ha. Next. Ja, es gibt wirklich nur dieses eine Ding, ich nehme mal an, dass da bald vielleicht mehr kommen. Für den Anfang war das jetzt das erste Ding, wir nehmen jetzt mal die Hardcore Stufe ein und werden mal versuchen uns da durch zu prügeln. Äh, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, also keine Ahnung, Hard kenne ich jetzt noch gar nicht. Chapter 1, Gerranger. Vielleicht geht es auch weiter, wenn man dieses Hardding fertig hat, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall macht es heute Spaß, so viel zwischendurch mal so kurz dezent ein paar Zombies abflatschen, ist doch alles absolut in Ordnung. Ich höre da was. Ich höre nicht nur, ich sehe es auch. Ich habe nur 160 Schuss, das ist ja eine tolle Wurst. 47 Stück müssen wir abknallen. Okay, jetzt haben wir 60, 40. Komm mal. Oh! 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 Bet 하면 das einfach so ein grapple. Ich wahr jetzt schon, ob hier alles in Ordnung macht. Also ich weiß es nicht, ob es hier so was gibt wie Medipack, oder ich so ein Job, keine ahnung! Was ist denn für wir Millionen von der Kiste? Ahhhhhhhh! Okay. Es gibt also Munition. du musst dir aufpassen wie ein Schießhunde ist ja geil Munition wie gesagt ich habe keine Ahnung ob das dann weiter geht mit Level 2 oder ob es überhaupt ein Level 2 gibt also das werden wir sehen also hier ist schon mal keiner mehr wir haben noch 40 Stück das ist das Sau Ding ich möchte mal wissen wo ich hier noch 40 Stück sind da 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 Alter! 34 Stück doch. Den hab ich. Ja. Sehr schön. Wieder zwei weg. Das macht ja da einen Spaß. Guck doch noch mehr oder? Ja. Alter, wo klüpfst denn du her? Du Sau. Oh ey ey, das hört sich gar nicht gut an da oben. Ohohohoho. Ah! Scheiße! Ich bin tot. Scheiße. Das müssen wir gleich nochmal probieren. Das ist ja richtig lustig ey. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist ja völlig lustig. Ich bin tot. Ich bin tot. Also, okay, alles klar. Super, die ersten paar Zombies sind gleich auf die Fressen gerichtet. Sehr gut. Sehr gut. Die Maktion kann ich nur dann ohne Falle. Nichts abgekriegt, gut. Das ist wichtig. Da oben ist doch bestimmt noch mehr Munition, oder? Jawohl, als Hermit. Und? Passt schon? Ja. What the hell? Ach, da hinten ist noch, gehst du, guck. So, 39 Stück noch. Ist ja nix. So. Da steht ja auch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. So, den hätten wir. 34 Stück noch. Warte mal, was ist mit der komischen Garage da? Find der jetzt außerhalb gerannt. Der ist ja da. Oh! Leck wie um Arsch. Die sind richtig schnell, die Kerne. Oh, danke. Also, an Munition mangelt's definitiv nicht. Also, so viel stellen wir mal fest. So, da kommt noch einer. Den hab ich auch. Den hab ich auch. Den haben wir. Ja, mein. Es wird wenig, ey. Oh, der Omi ist gewollt. Der hat ja nicht was geboten. Oh Gott. Scheiße, da ist doch noch einer. Wer steht da oben an der Treppe? Wer steht da oben an der Treppe? Teilweise hab ich das Gefühl, musst du nach oben? Vielleicht kann man die irgendwie rauslocken. Genau so in etwa. Hahaha. Guuuut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Munition ist immer gut. So, da wird das Haus auch clear. Also, wenn das Video ein bisschen länger geht. Äh, sorry. Ich cuuuuuh. Also mal frei. Gleich. oihh. ich danke ich meine es sind immerhin noch 25 zombies also das ist nicht wenig ist einmal die einfache 24 was wer wie oder hinten kommt einer ein krank eine zombie sauber ja 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 Wer ist hier? Scheiße, der hier. Kann das sein, dass die Energie wieder hoch geht oder täusche ich mich da nur? Ich meine ich hätte ein bisschen weniger Energie oder? In dem Haus geht sie ab wie Sau. Das Haus ist ja voll ohne Ende. Oh mein Gott. 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 Das ist ja echt Hardcore Also die letzten 8 Stück werden die ja wohl auch noch nie gekriegt Wanns nur noch 7? gut 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 das hört sich wieder böse um saubere Sache 6 Stück noch sehr gut wo sind die letzten 6 da hinten kommt eigentlich nur einer gleich ich glaube die letzten 6 sind da oben ich muss aufpassen ich bin gleich im Arsch da oben Oh no. Was ist das? Zwei Stück Zwei Stück Dann suchen wir mal Die letzten zwei Also die werde ich jetzt auch noch nie kriegen Das ist definitiv er Nein, bin ich blöd Fuck you Welche eine Leck mich am Arsch So eine Scheiße Fick doch die Hühner Ja, ich werde es jetzt mal weiter probieren Sollte es eine zweite Runde geben Werde ich natürlich noch ein Video aufnehmen Um euch das dann zu zeigen Okay, kurz vor Zill in die Hust schießen Was will man machen? Also für den Spaß zwischendurch Ist es richtig lustig Gefällt mir richtig gut Ja, wie gesagt Wenn ihr Auch das Spiel wollt Das Spiel ist umsonst Also ihr könnt es selber mal ausprobieren Für heute Soll es aber gewesen sein Wie gesagt Wenn es ein zweites Spiel geben sollte Praktisch Zweite Runde Werde ich mich melden Natürlich Ist ja selbstverständlich Ansonsten bedanke ich mich hier für das Zuschauen Hier bei Deathly Irgendwas Und ich sage hier an dieser Stelle Tschö mit dir Ciao mit Frau Und bis zum nächsten Mal Tschö mit Frau